Ihr wolltet ein paar frische Sommerdüfte erfahren und deswegen zeige ich euch in diesem Video meine persönlichen Sommerdüfte 2023, die ich am meisten getragen habe, allerdings nur die Full Size Bottles aus meiner Kollektion. Ich bin sehr gespannt, wie ihr meine Auswahl findet. Lasst mir auf jeden Fall super gerne ein Abo da und ein Like, wenn euch das Thema und das Video gefällt und ansonsten starten wir jetzt. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu dieser Summer Freshie Kollektion mit Full Size Bottles aus meiner persönlichen Duftsammlung. Nice Job Team! Wir starten mit einem Duft von einem sehr, sehr coolen Dufthaus Goldfield & Banks mit Sunset Tower Hour. Wie ihr seht, ist es wirklich ein sehr, sehr geliebter Flakon von mir. Das ist ein Duft, den ich mir definitiv wieder nachkaufen werde. Ihr bekommt mit Sunset Hour richtig phänomenal fruchtige After-Hour-Sunset-Cocktail-Party-Vibes. Es ist mega. Es ist ein sehr schöner, fruchtiger Duft. Ihr habt hier Himbeere, Mango, Kokos, Ingwer, alles mögliche mit drinnen. Vielleicht ist es euch schon aufgefallen. Ich habe mir wirklich angewöhnt, meine Düfte zu beschriften. Ich mache das ganz oft, um mir einfach immer und immer wieder die Inhaltsstoffe und die Duftnoten merken zu können. Kleiner Tipp am Rande. Ja, und deswegen konnte ich das einfach ganz gut abschumen. Also, Sunset Hour ist einfach ein Duft, der mir total gute Stimmung macht. Er hat wirklich leicht fruchtige Vibes, aber er hat eine gewisse, sehr chillige Energie. Also ich finde so dieses After-Work, diese Cocktail-Party-Stimmung, Sommer, Strand, Beach-Club, das ist das, was ihr mit Sunset Hour bekommt. Den habe ich letztes Jahr schon sehr, sehr oft und sehr gerne getragen. Es ist ein Duft, den ich auch mit anderen Düften sehr gerne kombiniere und layer. Und auch dieses Jahr war die Sommersammlung nicht wegzudenken. Ein weiterer Duft, den ich auch letztes Jahr schon für mich entdeckt habe, war Hamaka von 2787 Parfüms. Ein sehr modernes, cooles Label. Und Hamaka gibt euch Hängematte-Vibes. Also er ist einfach noch chilliger als der Sunset Hour, weil er ein bisschen putriger ist, ein bisschen cremiger ist. Ihr habt hier maritime Noten zwar mit drin, aber auch eben so einen Sand-Akkord. Ihr habt hier leichte, softe, putrige Kokos-Vibes. Und das ist einen, den ich wirklich jetzt im Sommer sehr gerne trage, weil ich habe so diese Süße, aber die halt nicht zu viel ist und nicht überladen ist. Und die du eben bei über 30 Grad auch super tragen kannst. Der nächste Kokos-Suft ist natürlich Soleil Blanc von Tom Ford. Der ist im Vergleich zum Hamaka einfach ein bisschen energetischer, ein bisschen präsenter, ein bisschen eleganter, würde ich sagen. Während der Hamaka wirklich sehr chillig ist, easygoing und mehr diese putrigen Vibes hat, kommt der Soleil Blanc mit so einem gewissen Kokos-Sonnencreme-Charakter. Also ich finde, der hat einfach was leicht Blütiges noch mit drin und ist eher so ein bisschen die Abendvariante von dem. Aber ich finde dennoch fast in keiner Kollektion irgendwie wegzudenken. Es gibt ja auch ganz, ganz viele, die diesen Duft haben. Und auch ich habe ihn diesen Sommer wieder neu für mich entdeckt und sehr, sehr oft getragen. Der nächste ist aus dem Hause Inizio, der Mask Therapy. Den habe ich sehr gerne getragen an so Tagen, wo ich schon Lust auf diese putrigen Vibes hatte, aber einfach mehr Frische gebraucht habe. Weil ich finde, er hat was Leuchtendes, Klares, Sauberes und eben trotzdem so eine gewisse umhüllende putrige Note. Und deswegen finde ich, dass das einer der Inizio-Düfte ist, die man tatsächlich auch an heißen Sommertagen sehr, sehr gut tragen kann. Denn einen Psychedelic Love oder einen Blessed Baraka, den muss ich jetzt bei 35 Grad nicht so unbedingt haben. Aber ich finde Mask Therapy geht sehr gut. Ich finde auch den Paragon übrigens, den habe ich nicht, kleiner Disclaimer, wäre einer, den ich bei der Hitze sehr gut tragen könnte. Aber wir beschränken uns in diesem Video mal auf die Bottles, die ich schon besitze. Weiter geht's mit einem Duft. Den habe ich tatsächlich seltener getragen, Anfang des Sommers ein bisschen mehr. Das war der Set von Katre aus dem Hause MFK. Er hat für mich irgendwie die letzten Wochen ein bisschen was an Faszination verloren. Ich habe ihn immer getragen, wenn ich einfach was Klares, Sauberes, Frischeres haben wollte. Aber ich weiß nicht, mit der Zeit hat er für mich so ein bisschen Emotionen verloren, so ein bisschen Ausdruck verloren. Ich würde ihn, wollte ihn trotzdem unbedingt vorstellen, weil ich finde, es ist ein frischer Duft, den man sehr gut tragen kann. Vor allem, wenn man nicht unbedingt sehr süße Richtungen mag oder einfach nichts zu Spritziges, nichts zu Zitroniges, sondern einfach was Frisches, Sauberes, Klares, ohne sofort diesen frisch gewaschenen Wäsche-Charakter zu haben. Dann sollte man sich den auf jeden Fall mal angucken. Und zu guter Letzt habe ich natürlich vier verschiedene Düfte aus dem Hause Labelle rauf und runter getragen, diese Saison. Einfach, weil ich mich so intensiv natürlich mit den Düften auch auseinandergesetzt habe. Und zwar haben wir hier zwei frischere, im Sinne von aquatischeren Düften. Das ist zum einen eben der Salt Enzyklamen, der wirklich eben diesen salzigen Ozon-Akkord mit drin hat. Den finde ich einfach wirklich sehr besonders, weil jedes Mal, wenn ich mir den aufspreche, habe ich das Gefühl, ich steige aus dem Flieger irgendwo in den Kanaren und du bekommst sofort diese Vibes. Ja, wenn du aus dem Flieger aussteigst und die Sonne ist da und trotzdem ist es windig am Flughafen, aber du riechst schon dieses Salzwasser, dieses Meerwasser. Und das ist das, was ich einfach von Salt Enzyklamen bekomme. Der Gegenpart dazu wäre der Ylang Ylang Entmask. Den habe ich ja zum Beispiel auch mit Mask Therapy schon mal verglichen tatsächlich. Und ich muss immer noch sagen, dass ich sie sehr ähnlich finde, aber der Ylang Ylang Entmask gibt mir einfach mehr Energie. Also wenn ich halt nicht dieses kuschelig umhüllende mag, was ich zum Beispiel von Mask Therapy bekomme, sondern wirklich das Gefühl habe, gerade morgens, wenn ich ins Büro gehe oder so, ich brauche was Frisches, was Leichtes für die heißen Sommertage, aber trotzdem irgendwas, was mir ein bisschen Energie gibt, dann finde ich den halt mega, weil der Ingwer-Akkord macht da wirklich den Unterschied. Und dazu gesagt sind beides ganz tolle Düfte zum Layern. Also ich finde beide als Grundduft für den Sommer super passend. Und dann kannst du eben einen Hauch, ich habe eben auch den Ylang Ylang Mask mit Sunset Hour super gerne kombiniert, weil du dann einfach so ein bisschen was Frisch-Klares als Basis hast, die auch wirklich sehr schön hält und kannst dann einfach nochmal einen Hauch Kokos oder Frucht oder nach was dir halt eben auch ist einfach drüber geben. Und die beiden blütigen, floralen Geschichten aus dem Hause Labelle waren halt natürlich zum einen Franchi Pani, es ist einer der absoluten Top-Seller der Marke. Das ist eine sehr vollmündige Blüte, sehr feminin finde ich, sehr, ja, hat schon was Verführerisches, hat eine ganz, ganz tolle Urlaubsstimmung, die er gibt. Und einmal der Lillian Tangerine. Ich liebe die Lillie sowieso persönlich. Also ich mag diese Blüte auch unheimlich gerne, einfach als Schnittblumen zu Hause auf dem Tisch haben. Ich liebe diesen Duft, den die verströmt. Und bei Lillian Tangerine hast du eben noch diese ganz krasse Kombi aus Mandarine und Zitrone. Also nicht eine klassische Bergamotte in der Kopfnote, sondern ich finde, dass die Mandarine einfach wirklich, als ob da jemand steht neben diesen Blüten und eine frische Mandarine schält. Und dadurch gibt er eine ganz, ganz tolle Energie und eine ganz tolle Spritzigkeit. Und die habe ich diese Saison eben so ein bisschen neu für mich entdeckt und habe sie rauf und runter getragen. Und das sind so die Düfte, die ich am meisten diesen Sommer getragen habe. Natürlich haben hier auch noch viele andere getragen, aber das waren dann auch hier eher kräftige Düfte. Und ich habe natürlich einige Samples ausprobiert, welche das sind. Und das verrate ich euch in einem anderen Video. Da zeige ich euch nochmal meine Summer Freshies aus meiner Sample-Duftsammlung sozusagen. Aber lasst mir sehr gerne mal einen Kommentar da, wie ihr meine Auswahl findet. Ist davon etwas dabei, was ihr selber auch getragen habt? Oder ist da vielleicht sogar ein Duft dabei, den ihr noch gar nicht kennt und unbedingt kennenlernen wollt? Lasst es mich auf jeden Fall wissen. Vielen Dank fürs Zuschauen, für eure Zeit und für euer Feedback. Ich sage Küsschen aufs Nüsschen und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.